Einen wunderschönen guten Tag meine liebe Welt und herzlich willkommen zu einer neuen News-Spezial-Folge. Wir haben heute den Start der Europäischen Internationalmeisterschaften, die gehen noch bis Sonntag und finden aktuell in London statt. Und im Zuge dessen gibt es auch ein paar Verteilungen, einmal für die Videospiele Markus Silvers Eisenhand hier mit dem Code FAKEOUT EUIC, der ist gültig bis Sonntagabend. Dann haben wir für das TCG eine Furienblitz EX Special Artware mit dem Code BURSTRAW EYC24, noch 10 Tage gültig. Und es gibt auch Twitch-Drops für Belohnungen, also Booster-Packs und ich glaube auch eine Top-Trainer-Box in PTCGL. Und zu guter Letzt gibt es dann auch Twitch-Drops für Pokémon GO und da gibt es eine befristete Forschung mit dem Team von LNDS Ragev und ein paar weiteren Belohnungen. Das war es dann schon für diese News-Spezial-Folge, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann am Sonntag mit der regulären News-Folge oder Stoll-News-Folge. Und da werde ich dann auch auf die Karten eingehen, die heute entfüllt wurden und so weiter. Ich war leider heute nicht zu Hause und habe jetzt erstmal dieses Video geplant, weil eben eine der Verteilungen bereits am Sonntag auslaufen wird. Also bis dann, ciao!